Karacho, die Slotcar-Rinnbahn in Dornbirn. Nicht nur für Kinder, auch für jung gebliebene Erwachsene und Slotcar-Profis bieten die drei Bahnen im Karacho eine Menge Spaß und Spannung. Die Trafosterbahnen sind fünfstufig bis 24 Volt regelbar. Auf der Dreierbahn geht es rasant ab mit 30 Volt Antriebsleistung. Alle drei Bahnen verfügen über elektronische Zeitnehmung. Neben Slotcar-Spaß bietet das Karacho auch Darts, Flipper und Billard zur Unterhaltung an. Im Lokal können Sie Getränke und Essbares konsumieren, ein idealer Ort für Kindergeburtstage, Sonntagsspaß mit der Familie und auch für Firmenfeiern. Weitere Informationen unter www.karacho.cc Und dann sehen Sie, wie wir es sehen können. Vielen Dank.